Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Kurt Mosetter, hier ist Arzt und Heilpraktiker, hat jahrelang Profifußballer betreut. Aber wir sprechen heute mal über das Thema Krebszellen und welche Trojaner es für die Krebszellen gibt und auch die wissenschaftlichen neuen Erkenntnisse dazu. Das werden wir heute beleuchten. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Kurt, schön, dass du da bist. Freut mich, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Vor allen Dingen liebe ich es immer, wenn Ärzte diesen Rundumblick haben. Wirklich Körper, Geist und Seele zusammenbringen und einfach den Menschen als Ganzes sehen. Umso schöner, dass wir heute das Thema Krebs beleuchten und die Trojaner dazu. Was ist denn so aus deiner Sicht zum Thema Krebszellen jetzt so aktuell interessant? Wo kann man nochmal hinschauen? Was haben wir übersehen oder wollten wir nicht sehen? Also die Geschichte ist ganz alt. Die geht zurück zum Otto Warburg. Und der Otto Warburg hatte 1924 eine Beschreibung, dass Glucose, Zucker, die Krebszellen füttert, dass Fruchtzucker sie am Anfang nicht füttert, aber dann trotzdem ganz schnell wachsen lässt. Und dass es einen Zucker gibt, die Galactose, die Krebszellen hemmt, 1924. Der Otto Warburg hat dann klar erzählt, Krebs ist nichts Genetisches, sondern das ist ein Stoffwechselprozess. Dann gab es noch einen anderen Apotheker, Apollinaire, 1875 in Paris. Der Apollinaire hat damals einen Patienten mit einem Diabetes, das hat noch geheißen Kohlenhydratintoleranz, behandelt mit Galactose und hat die kuriert. Er hat damals schon festgestellt, mehr Fett und weniger schlechter Zucker hilft den Diabetes-Patienten und kann Krebs verhindern. Dann gab es einen Herr Kosterlitz, einen Forscher an der Charité. Der hat zwischen 1931 und 1938 Diabetiker mit der Kohlenhydratintoleranz mit Galactose geheilt und hat die normale, kurzkettige Kohlenhydrate entzogen. Dann gab es einen Herr Brünnig. Der Herr Brünnig hat dann die ketogene Ernährung gegen Krebszellen entwickelt. Das ist jetzt die zweite Waffe. Jahrelang war das unterm Erdboden verschwunden. Jahrelang hat man gedacht, ja, das sind die Gene, die Krebs machen. Aber wenn man sich das genau anguckt heute, dann waren Krebserkrankungen früher selten. Krebserkrankungen im Kindesalter sehr, sehr, sehr selten. Und heute ist Krebs die Todesursache Nummer eins von Kindern in den USA. Das heißt, die häufigste Todesursache bei Kindern. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele betroffen sind, dann sind 20.000 von 100.000, das ist so ein Wert, den wir jetzt kennen, von 100.000, 20.000 Kinder von 100.000 in den USA haben Krebs. Und das sind nicht die Gene, das ist der Stoffwechsel. Und deshalb hat der Otto Warburg recht. Und jetzt gab es die Frage, wie entsteht es denn? Heute wissen wir, und da sind sich alle Forscher einig, wenn Umweltreize auf die Zelle einwirken, das können Schwermetalle sein, Toxine, Zucker. Wenn der Zucker dann mit dem Eiweiß anbrennt, dann entsteht eine Karamellisierung, das nennen wir Advanced Glycated End Products, so eine Glikierung. Dann haben die einen eigenen Rezeptor, der triggert die Zelle, produziert oxidatives Stress, schädigt die Mitochondrien und dann schaltet er Genablesefaktoren an, MTOCH, NFKPB. Und die erst lesen Gene ab, die dann in die Aktivierung von Krebszellen gehen und gleichzeitig wird die körpereigene Abwehrstrategie gegen Krebszellen unterlaufen. Soweit, so gut. Die Idee vom Herr Warburg war dann, wenn man dem Körper den Zucker wegnimmt, Zucker wird vergoren, im Zucker entsteht eine metabolische Acidose und in dieser Übersäuerung im Gewebe ist die Keimzelle, dass Krebszellen entstehen. Dann hat er die Idee, wenn wir das verhindern, wenn wir ein alkalisches Milieu schaffen, über Fett, Fett kann nicht vergoren werden, dann haben wir eine Möglichkeit, den Körper anders zu behandeln. Und jetzt gibt es zwei Trojaner. Trojaner Nummer eins ist die Galactose. Das ist der Zucker aus der Mistel, der Zucker von der Myropalan, das ist die Himalaya-Oliven und der Zucker von der Linsen und der Zucker von der Beere. Dieser Zucker wird von gesunden Zellen gut verstoffwechselt. Einige Menschen haben eine Galactosämie, eine angeborene Enzymdefekt, dass sie Galactose nicht verstoffwechseln können. Die dürfen dann keine Muttermilch trinken, denn Galactose ist auch der Zucker von der Muttermilch. Die haben also eine Galactosämie. So war unsere Arbeitshypothese an der Charité mit dem Professor Reuter. Wenn der Otto Warburg recht gehabt hat, dann müssen Enzyme umgekoppelt werden. Wenn die Krebszelle also auf Zuckervergärung anaerob schaltet, dann wird sie offensichtlich ein anderes Schlüsselenzym abschalten. Das nennt man 4-Epimerase. Das sind also Enzyme, die notwendig sind, dass der Körper Galactose verstoffwechselt. Und siehe da, die Krebszelle haben eine Galactosämie. Das heißt, die sind scharf auf Zucker, stürzen sich auf die Galactose, aber die bleibt dann im Halse stecken und bringen sie um. Mega. Genau. Und Otto Warburg, 1924. Dann gab es den Johannes Koi, der hat einen Teil beforscht mit dem Enzym, mit dem TKTL1, die Transketalase-Like-1-Enzyme. Und auch die dreht um in die Zuckervergärung. Und in der Tat können wir eigentlich den Switch über ketogene Ernährung, sagen wir mal fettreiche Ernährung, und Galactose gut bedienen. Der zweite Hebel ist, Krebszellen können dann einfach Fett nicht verstoffwechseln. Und wenn man der Krebszelle eigentlich Fett geben möchte, dann haben sie keinen Zugriff. Aber die gesunde Zelle wäre ernährt, gezielt. Die gesunde Zelle wäre ernährt. Die gesunde Zelle produziere kein Laktat über das Fett. Da entsteht praktisch kein Ruß bei der Verbrennung. Das kann nicht vergoren werden. Jetzt stärken wir zielgerichtet das Gesunde und ziehen der Krebszelle den Strom ab. Deshalb kann man in der Tat mit einer gut ausbalancierten, fettreichen Ernährung, die zudem noch flankiert wird, mit Ballaststoffen für den Darm und Galactose, das Geheimnis von der Mistel, von der Anthroposophie, tatsächlich eine schöne Wirkung erzeugen. Habe ich jetzt bei der Mistel-Therapie auch die Galactose mit drin? Genau. Und diese Mistel-Lektine, das sind Galactine. Und die docken sozusagen zwischen der gesunden Zelle und der Tumorzelle an. Deshalb war die Mistel altbekannt mit unterschiedlicher Galactine. Das war eines. Und das andere ist der Zucker von der Mistel, das ist die Galactose. Das ist der Zaubertrank von Asterix und Obelix. Das heißt, der Druide schneidet die Mistel und das gibt Energie. Aber nur die gesunde Zelle, das ist der Zaubertrank. Und die kranke Zelle, die Tumorzelle, die wird eigentlich in die Galactosämie gejagt. Das wirkt aber nur dann wirklich gut, wenn man die schlechte, kurzkittige Kohlehydrate reduziert. Denn sonst stürzen sich die Krebszellen genau darauf. Und deshalb ist das Ganze ein Stoffwechsel-Gleichgewicht. Und man kann nicht nur mit einer Substanzen Krebs heilen, aber man kann mit dem Lebensstil in dem Ökosystem viel tun. Und jetzt gibt es noch Galactose-Infusionen. Da gab es mehrere Krebsforscher. Beuth, Pulverer, Eisenberg. Und die haben Galactose-Infusionen entwickelt und haben dann bei Patienten mit dem Kolonkarzinom, Leberkarzinom, Mammakarzinom diese Galactose-Infusionen gegeben. Mit dem großen Erfolg 1993, 1994, 1995, 1996. Und wenn man den Menschen heute näherkommt und sie fragt, dann sind die eigentlich entsetzt und eigentlich traumatisiert, dass diese Erkenntnisse nicht weitergetragen wurden und nicht weiter gefördert wurden. Deshalb Strategie heute. Im fortgeschrittenen Stadium gibt es Galactose-Infusionen. Oral kann man Galactose supplementieren. Und jetzt gibt es ein schönes Gesamtkonzept. Die Geschichte, wie ich reingescholbert bin. Mein Papa wurde gesund mit einer MS nach 36 Jahre Krankheit, 24 Jahre Rollstuhl. Nachdem er die ersten Schritte gelaufen ist, kam mein Onkel. Der Onkel hat sich um uns gekümmert. Das war der Onkel Erich aus unserem Gutachtal. Und der hat ein Nierekarzinom metastasiert, 18 Lungenmetastase, 9 Lebermetastase, 5 Knochenmetastase. Und eigentlich war das eine palliative Aktion. Dann haben mich die Kräuter aus Nepal mitgebracht. Da wussten wir noch gar nicht, was richtig drin ist. Später erst kam er raus, das ist die Galactose. Und er hat sich erholt. Und es ging ihm besser. Und dann hat er noch ein Jahr gelebt, 2 und 3 und 4 und 5. Und die Lungenmetastase wurde abgekapselt, wie nach einer ausgeheilten Tuberkulose. Die Lebermetastase sind verschwunden. Die Knochenmetastase sind verschwunden. Und er hat nach 18 Jahren gelebt. Er ist mit 87 friedlich eingeschlafen, nachdem er sich ein Sauerteigbrot mit Waldstauden kommt, bei unserem Bäcker im Gutacht geholt hat. Und das war ein Phänomen. Wie ist das möglich? Wir haben das ja nicht verstanden. Und dann hat die Charité, die Glykobiologie, Biochemie uns geholfen, das besser zu verstehen. Und deshalb wissen wir, eine wichtige Komponente ist die Ernährung. Einige wichtige Komponente ist sozusagen die Umschaltung auf ketogene, fettreiche Ernährung. Und das sind die Arbeiter von der Frau Kemmerer wegweisend. Das sind die Arbeiter auch von Brünning, von 41 schon wegweisend. Und die Daten sind überragend. Und jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. Damals war ich auch auf einer Fortbildung in Heidelberg bei der Ulrike, Dr. Ulrike Kemmerer. Professor, gell? Professor. Hat sich da jetzt in der ketogenen Ernährung was getan? Damals war es ja auch trotzdem sehr fleischlastig, muss man ja sagen. Und hat man da jetzt schon ein bisschen was optimiert? Ich würde sagen, ja. Das Problem war, dass es zu fleischlastig war und zu viel tierisches Fett im Spiel war. Das heißt, ich würde sagen, den amerikanischen Schweinebauch möchte man lieber nicht. Und deshalb gab es natürlich Profisportler, die mit ketogener Ernährung tolle Ergebnisse erzielt haben. Aber wenn ich zu viel tierisches Fett habe, dann wird der Körper trotzdem in der zweiten Linie wieder überlastet. Deshalb ist unsere Strategie, ich will wertvolles Fett aus den Nüsschen, Mandeln und so weiter. Ein bisschen Kokosfett. Ich möchte gerne Omega-3-Fettsäure. Ich will ein weites Spektrum an wertvollem Fett. Dann möchte man gern ein wertvolles Fett, die MCTs. Die sind natürlich auch vorhanden dann in der Ziege- und Schafsmilch, wenn die Tiere auf der hohen Weide sind. Auch eine gute Lösung. Und wir möchten gern mehr Ballaststoffe. Die ursprüngliche ketogene Ernährung aus der USA war ganz arm an Ballaststoffen, aber der Darm braucht Ballaststoffe. Deshalb ein Blädoyer für schwarz oder roter Reis und Akazienfaser. Deshalb haben wir eine Mischung, wo Galactose mit Akazienfaser den Darm pflegt. Und die klassische ketogene war zu proteinarm. Das heißt, ich brauche schon auch Proteine. Nur mit Fett geht es eben nicht. Deshalb möchten wir wertvolle Proteine ins Spiel bringen. Ein Nenner wäre hoch an wertvollen Fetten, aber wenig schlechte. Hoch an wertvollen Proteinen, aber nicht so viele schlechte Proteine. Nicht einfach nur irgendwie ein verarbeitetes Fleisch. Und dann noch viele Fasern. Gerade bei den Proteinquellen, was würdest du nutzen? Ich meine, da gibt es ja auch Fleisch, da ist man auch hohe Quelle an Toxinen. Bei Eiern, da habe ich jetzt mal eine Frage, da wurde mir gesagt, dass da auch der Epstein-Barr-Virus mit zusammenhängen könnte. Ist das eine Vermutung? Ist man da dran? Also der kann. Und zwar, es gibt im Darm unterschiedliche Ungleichgewichte. Der Hauptfeind ist Zucker und Fruchtzucker. Der zweite Feind ist Getreidekleber, Gluten. Viele Menschen haben eigentlich so eine Nicht-Söliakie-Glutenintoleranz. Der dritte Feind ist eben in den Weizen reingekreuzt. Solche ATIs, Amylase, Trypsin-Inhibitoren. Und wenn das der Darm verdauern muss, dann entwickelt er auch noch eine Unverträglichkeit gegen Hühnereiweiß und gegen Eier. Wenn jetzt die Eier sozusagen aus der Maschinerie kommen, wo die armen Hühner mit Fruchtzucker gefüttert wären, mit Antibiotika behandelt wären, eigentlich gar kein Tageslicht sehe und kein Gras fresse, dann sind es kranke Tiere. Die kranke Tiere kriegen Antibiotika. Aber wenn man Antibiotika einnimmt, wird der Weg geebnet für Viren. Und deshalb haben die dann wirklich eine hohe Belastung. Das stimmt. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, man nimmt so ein Schwarzwälder glückliches Huhn und ein Schweizer glückliches Huhn, was Gras pickt, dann sind wir mit diesem Ei auf der sicheren Seite. Das heißt, es kommt auf die Qualität an. Okay. Super interessant auch mit, du hattest vorhin schwarzer und roter Reis noch genannt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Genau, das sind eigentlich die alten Reissorten. Und der schwarze Reis, der hat ganz viel Fasern und das sind die Moleküle von der Stärke ganz arg verschlüsselt. Wenn man ein schwarzer Reis oder ein roter Reis ist, dann hat er viel Ballaststoffe, viel sekundäre Pflanzenstoffe, aber der Zuckerspiegel steigt gar nicht an. Deshalb haben wir zum Beispiel bei Juventus Turin und bei Leipzig und in Freiburg und in einigen Profivereinen gibt es schwarzer und roter Reis. Aber nicht am Abend, sondern am Mittag. Genau, und die Ballaststoffe mit der langkittigen Kohlehydrate sind sehr wertvoll. Und mit denen kann ich sehr wohl eine fettakzentuäre Ernährung flankieren, aber zum richtigen Zeitpunkt. Am Abend gibt es da nur Fett und keine Kohlehydrate. Dass die Fettverbrennung in der Nacht lebt und die Enzyme für die Fettverbrennung, die möchten keinen Zucker und keine Insulin und keine Kohlehydrate. Und die kann man auch noch aktivieren über einen moderaten Sport. Bei der Krebsprävention, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, oder gerade die Diagnose bekommen hätte, Tumor, wie könnte jetzt ein guter Tagesablauf aussehen? Weißt du, so ein ideales Frühstück, Mittag, Abendessen, dass man auch mal so ein Gefühl dafür bekommt, und auch von den Zusammensetzungen her? Zum Frühstück zum Beispiel Hirsepflugge mit Hafermilch. Hirsepflugge, Hafermilch, Löffel Galactose und ein paar Bärchen rein. Wunderbar, hält lange an. Dann kann man natürlich auch glutenfreie Hafer nehmen und kann so Mandelmilch variieren. Wenn man will, zwischendurch auch mal eine Ziege- oder eine Schafsmilch. Das wäre ein guter Start. Dann am Mittag Gemüse und Salate. Wenn man mag, ein kleines Stückchen Bachforelle oder ein bisschen Bio-Weide-Rind. Und am Abend zum Beispiel eine Suppe. Oder am Abend dann ein paar Nüsschen. Man kann auch am Mittag eine Suppe einbauen. Suppe, alle Gemüsesuppe, die möglich sind. Dann kann man Kichererbsen und Linse lange Zeit verkochen, drei, vier Stunden. Das gibt eine total coole Suppe. Eine Reihe von Kräutern und Gewürzen rein. Also Kräuter und Gewürze, das ist ein Superfood. Und das wäre ein schöner Rhythmus. Am anderen Tag nimmt man Eier und tut die Eier mit Gemüse anbraten. Da macht man eigentlich ein Gemüse-Omelette zum Frühstück. Das hält auch lang an. Dann kann man ein bisschen schwarzes Reis anbraten. Und sobald man zum Beispiel Kartoffeln oder Reis kocht und dann abkühlt, im Kühlschrank, und am nächsten Tag erhitzt, entsteht resistente Stärke. Das heißt, dann geht der Zuckerspiegel immer in die Höhe. Und diese resistente Stärke hilft der Darmbakterie, dass die daraus kurzkittige Fettsäure erzeugen. Superfood. Muss ich es zweimal erhitzen, oder reicht es, wenn ich die Kartoffeln nur erkalten lasse und daraus eine Kartoffel verleihen? Das kann man auch, genau. Also ich muss jetzt nicht noch zweimal erwerben. Nein, einmal erkalt reicht. Also einmal heiß, kalt. Und da habe ich auch mal den Tipp gekriegt, das Brot einmal einfrieren nach dem Bäcker und wieder rausholen. Oder ein Sauerteigbrot machen. Wenn so ein Sauerteig fünf Tage geht, dann sind diese Harponen von dem Getreidekleber stumpf. Dann wird es gut verstoffwechselt. Dann backt man das. Einmal richtig tolle Experte, unseren Koch, der Thorsten Probost, der macht fantastisches Brot. Das hält sechs Tage, schmeckt immer noch gut. Und der Blutzuckerspiegel steigt gar nicht an. Und solches Brot gibt es dann auch mal im Trainingszentrum. Super. Abends Suppe, was ist mit Rohkost, Obst, Geschichten, gerade mit dem Gärungsvollnis? Kein Obst am Abend und keine Rohkost am Abend, sondern am Abend eine Suppe oder intermediierendes Fasten. Jetzt muss man gucken, wenn man eine Krebserkrankung hat, will ich keinen Katabolenstoffwechsel. Ich muss gucken, dass die Menschen nicht zu viel Gewicht verlieren. Deshalb muss man gucken, dass man genügend Fett und genügend Aminosäure hat. Aber am Abend keine Rohkost und keine Früchte. Und jetzt kommt ein wichtiges Thema. Zu viel Fruchtzucker macht uns krank. Fruchtzucker aktiviert die Fettverbrennung eben nicht, sondern hemmt die Fettverbrennung. Fruchtzucker aktiviert die Fettsynthese und dann produziert die Leberfett. Und dann geht die Harnsäure hoch. Dann kommt man in einen entzündlichen Stoffwechsel. Deshalb die Früchte mit wenig Fruchtzucker, Heilbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeere, Aprikose, Rhabarber, auch die Ananas oder Papaya, das geht. Aber bitte als Frucht. Und so eine alte Apfelsorte geht auch mit viel Fasern. Der ist auch nicht so süß. Aber sobald ich einen Fruchtsaft habe, dann habe ich eigentlich in einem Glas Apfelsaft so viel wie drei, vier, fünf Äpfel oder Orangen und das ist eben nicht gut. Und deshalb war lange Zeit der Mythos unterwegs, auch der Fruchtzucker ist der Gute. Nein, der wird zum Schlechten. Der killt die Leber und die Leber ist Sprungbrett in Krebszellen. Und sozusagen der große Schutz von Krebszellen ist auch die Leber. Wenn wir die gut pflegen, können wir uns schon auf die sichere Spur wehnen. Es gibt ja auch immer wieder mal die Aussage, dass vor dem Krebs die Menschen oft ja vorher schon mit Darmproblemen geplagt waren. So als ob das schon so der Vorreiter war. Kannst du das bestätigen oder was würdest du da? Also ich würde mal sagen, in über 90 Prozent der Betroffenen ist das genauso. Ich würde sagen, bei 100 Prozent, nur haben es einige nicht gemerkt. Und einige Menschen merken, wenn der Darm nicht gut läuft. Das macht Blähungen. Einige haben einen Reizdarm. Einige haben Verstopfungen. Aber einige merken nichts am Darm, sondern die Problematik am Darm kann aufs Knie springen, auf eine Arthritis oder auf die Schilddrüse, auf Hashimoto oder auf Bauchspeicheldrüse. Und trotzdem sitzt das Tor für die Gesundheit im Darm. Und im Darm gibt es ein breites Spektrum an Bakterien und die können vor Krebs und vor Alzheimer schützen. Ackermannsia, Brausnizzi, Rosiburi. Und die schlechte Ernährung, die reduziert die Diversität, die Keime verschwinden. Und dann steigt das Risiko ganz klar, dass man eher in Richtung einer Krebserkrankung sich entwickeln kann. Und die erste Front wäre eigentlich Ernährung und der Darm. Wenn man den gut pflegt, kann man viel dazu beitragen, dass man auf einer sicheren Spur sich befindet. Spätestens, wenn man krank ist, ist es notwendig, dass man diese Gesundheitskeime wieder anfüttert. Die kann man nicht einfach ansiedeln als Probiotika, sondern man füttert die an mit Präbiotika, mit Galactose, Akazienfaser, der Fasern vom Schwarz- und Rotreis. Und dann kommen die zurück. Und dann kann man die Gesundheit zurück erobern. Ja, okay, super. Getränketechnisch, was kannst du dazu noch sagen? Gibt es da auch irgendwelche Trojaner für den Krebs? Ja, also da lernen wir von der chinesischen Medizin. Da gibt es sozusagen den grünen und den rote Tee. Der rote Tee ist der fermentierte grüne Tee. Da gibt es einen Kollegen in St. Gallen, der Shifu Shaufan, von dem haben wir da viel gelernt. Also Tee, viel Wasser. Dann Ingwerwasser, den Ingwer lang verkochen. Und dann am Schluss einen Schuss Limone rein. Also die Limette hat auch wenig Zucker. Das wäre ein tolles Getränk. Wenn man dann richtig betroffen ist, dann kann man tatsächlich in dieses Wasser mit dem Ingwer oder mit dem Tee noch einen Teelöffel Galactose dazu machen. Prinzipiell, aber nicht einfach viel Fruchtsäfte, prinzipiell nichts sehr Süßes, sondern möglichst viel Wasser. Und dann im Zweifelsfall noch ein Proteinshake mit Hafermilch und Mandelmilch. Ich habe ja schon am Anfang erwähnt, du siehst immer den Mensch als Ganzes. Wie würdest du psychisch da nochmal ansetzen? Das würde wahrscheinlich auch ein wichtiger Schlüsselfaktor sein, oder? Also wenn man es genau betrachtet, einer von meinen Doktorvater, der Gottfried Fischer, war ein Psychotraumatologe, klinische Psychologie. Der war ein Zögling vom Touri von Uxküll. Das ist der Begründer von der Psychosomatik, der eigentlich uns mit inspiriert und auf den Weg gebracht hat. Mir geht davon aus, dass es eine Zugleichheit gibt. Das heißt, der Körper und die Seele, die Psyche und der Körper, die sind immer online. Und deshalb ist es ganz sicher so, dass psychische Belastungsfaktoren, dass eine traumatische Belastung die Weiche stellt, dass das Immunsystem eine Senke erlebt. Das kann akut eine Infektanfälligkeit sein, das kann aber allalong trotzdem den Weg bahnen, dass so eine körpereigene Tumorkontrolleinstanz, körpereigene Apoptose oder körpereigene Tumorkillerzellen ins Hintertreffen geraten. Und wenn man es genau sieht, habe ich sehr viele Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen, aus der Psychoneuroimmunologie, aus der Homöopathie, aber aus der FX-Meyer-Medizin, aber aus der klinischen Psychologie, aus unserer Erfahrung. Ich würde sagen, das spielt immer eine entscheidende Rolle. Und je besser man den Menschen helfen, den Aspekt von ihrem Leben, der Biografie noch zu betrachten, umso besser. Deshalb wäre es vermessen zu sagen, dass jeder, der ein krebsentwickelnd Trauma hat, das kann auch ein chronisches Stress sein, aber es lohnt sich immer, die Biografie zu betrachten, aus einer Vogelperspektive, das nochmal zu überarbeiten. Man nennt das Overcoming Trauma oder Stress. Und dann hat man ein weiteres Feld, die Gesundheit zurückzuerobern. Würde ich sagen, es spielt immer eine Rolle. Und je nach Gusto, nach Bereitschaft, kann man mehr oder weniger das Thema mit aufs Radar nehmen. Wir versuchen alle Menschen zu inspirieren, einen Blick darauf zu werfen. Und bei vielen führt es zum Schlüssel, zu dem Punkt, wo das Ganze begann. Wir haben mehrere Patientinnen und Patienten, die gesagt haben, ich weiß jetzt, wann der Tumor angefangen hat zu wachsen, in Korrelation mit einem traumatischen Ereignis. Es wäre aber vermessen zu sagen, dass das bei allen Menschen so ist. Aber in den beiden Fächern lohnt es sich genau hinzuhören. Und das Ganze als individuelle, personalisierte Krankheitsgeschichte und Gesundheitsentwicklungsgeschichte zu betrachten. Es gibt nicht dieses Medikament gegen Krebs. Es gibt auch nicht die alleinige Strategie, sondern es gibt Konzepte. Je breiter das gefächert ist, umso besser. Super. War richtig toll mit dir, lieber Kurt. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, du kommst bald mal wieder. Wenn die Zuschauer doch noch mal so ein bisschen sich einlesen möchten, in die Tiefe sich mit dem Thema befassen, gibt es da Möglichkeiten? Also ein schönes Buch heißt Krebszellen lieben Zucker, Patienten brauchen Fett. Das ist von der Ulrike Kämmerer. Ein anderes wäre Zucker, der heimliche Killer. Dann Gut Carbs wäre eine gute Empfehlung. Bezüglich der psychischen Komponente gibt es ein schönes Buch, wenn der Rücken die Seele und die Seele den Rücken heilt. Das ist nicht nur der Rückenschmerz, sondern das geht tiefer. Und dann gibt es ein ganz altes Krebszellen, mögen keine Himbeeren. Das war auch von Biochemikern geschrieben. Das heißt, inzwischen gibt es ein breites Sortiment an Literatur. Und in unserem Biochemie-Lehrbuch, klinische Biochemie, leicht zu lesen, zweitige Wände, da gibt es auch nochmal ein eigenes Kapitel zu der Entstehung von Krebszellen, zu den Mechanismen, die sie dazu führen. Und was man tun kann, wenn man die Mechanismen versteht, entweder rechts abzubiegen oder davon zu laufen, oder wenn man es hat, nochmal in eine Umkehr zu kommen. Und jetzt gibt es ganz viele Tumore, die haben einen enger Bezug zum Zuckerstoffwechsel, wie Brustkrebs, Prostatat, Kolonkarzinom oder Glioplastomia. Und es gibt einige, wie die Leukämie, die ist noch viel komplizierter, die myologische Leukämie, da braucht man dann nochmal andere Hilfe. Das heißt, man braucht dann ein individualisiertes Konzept und ein Team, ein Netzwerk von guten Menschen, die mit vereinder Kraft einen unterstützen. Super. Vielen Dank und bis hoffentlich bald. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen von dieser wertvollen Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen, wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.